Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Sie sind eingeladen mit zu singen. Der Text steht unten unter diesem Video und Sie können das Lied mitsingen. Es steht durch Hohes und Tiefes Nummer 6. Heute ist der 6. Dezember, der Nikolaustag. Und ich freue mich über einen Bischof singen zu dürfen, den Bischof von Myra, den Nikolaus. Der Bischof von Myra, die Stadt liegt am Meer, war gut zu den Menschen und half ihnen sehr. Sein Name war Niklas, das ist wohl bekannt, bei Großen und Kleinen im ganzen Land. Ein Freund der Kinder, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott. Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen vom Nikolaus. Den Namen, den brachte er Gold ins Haus, gab wertvolle Schätze für Hungernde aus. Und ging es den Kleinen und Schwachen mal schlecht, dann stand er zur Seite und sorgte für Recht. Ein Freund der Kinder, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott. Dem lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen vom Nikolaus. Bald feiern wir Weihnacht, weil Jesus Christ als Kind für uns Menschen geboren ist. Die Kleinen, die Kleinen, die Schwachen, Gott ist ihnen nah, und so war auch Nikolaus ganz für sie da. Ein Freund der Kleinen, ein Helfer in Not, so schenkte er Freude und diente Gott. Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen vom Nikolaus.